Hallo hier ist Dr. Duhl mal wieder und die neue Drohne ist angekommen, kurzes Unboxing und alle Highlights der DJI Mavic 2 Zoom. So nun ist sie angekommen, jetzt machen wir erst mal das Paket ordentlicher, schnell auf und Achtung jetzt langsam, ja ein feines Grau, es weicht etwas ab wie zu der früheren Farbe von der Mavic Pro, gefällt mir aber, sieht gut aus, der Controller ist nun zweifarbig. Ja die Drohne selbst ist ein wenig schwerer geworden, ca. 200 Gramm schwerer, der Akku ist größer, die Kamera ist größer, ja die Details sehen wir gleich. Musik 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 So hier die neuen Low Noise Propeller, leicht anders geformt wie von der Mavic Pro, sollen noch leiser sein, die Motoren sind ja auch anders, also top. Es gibt es einen Aufkleber auf der Mavic wie sie einzuschalten ist, klasse die Kritik hat gewirkt. So der Akku ist ja ein bisschen dicker geworden, das heißt wir erreichen eine längere Flugdauer, was ja sehr schön ist. Und hier seht ihr die LEDs des Akkus, ein bisschen anderes Design, keine Punkte mehr, sondern jetzt unseren Ring. Hier haben wir jetzt Sport, den Normal und den Tripod Mode, das ist natürlich auch einfacher zum Umschalten, die Joysticks an sich, ich würde sagen die sind ein wenig strammer vom Federmechanismus, aber nur ein Tick. So und was mir aufgefallen ist sofort, hier gibt es Ausbuchtung, das heißt man hat die Kritik aufgenommen, hier für den Helligkeitssensor und hier für den Home Button, das man hinterdrücken kann. So nun klappt hier alles perfekt mit dem iPhone, Hochziehen, Face ID funktioniert, die Sensoren sind frei, die Helligkeit bleibt konstant, wird nicht wieder abgedunkelt durch diese beiden Aussparungen. Klasse. Eine weitere Änderung ist mir aufgefallen, die LEDs an der Mavic 2 sind deutlich heller, als bei dem Vorgängermodell. So jetzt mal die neue Gimbal Klammer da rein machen, man kann das so machen, dann muss die hier unten erst so einhaken, hier sind so zwei Löcher, so, naja, so und dann so, super. So mal ganz kurz, was hat sich wirklich verändert? Ja am meisten hat sich natürlich hier die Kamera verändert, hier haben wir das Zoom Objektiv, der Gimbal, ihr seht schon die Gimbal Halterung, ist vollständig anders realisiert, deutlich robuster. Die Kamera ist richtig schwer auch, das ist kein Vergleich zu der vorherigen Kamera. Was haben wir sonst noch, sonst haben wir jetzt die Kühlung, das heißt wir haben einen dickeren Akku und der Lüfter ist auch lauter und ihr seht hier so Lüftungseinlässe wie beim Rennauto und hier hinten sind die Auslässe, das heißt die Luft wird hier so entsprechend an der Elektronik vorbei zirkuliert. Ja dann die ganzen Sensoren, hier haben wir zwei neue LEDs, die wirklich so ein Landelicht machen, das ist auch eine tolle Sache. Wir haben jetzt hier die SD Karte drin, hier haben wir den Reset Button, das habt ihr auch schon in anderen Reviews gesehen, die ganzen Abstands Sensoren bzw Kameras für Detektion nicht ganz vollständig, weil es eine gewisse Winkel Einschränkung gibt, aber fast 360 Grad. Das war es eigentlich schon, sonst sieht die Drohne genauso aus wie die Vorgänger. Die Flügel sind halt besonders, das heißt hier soll es nochmal wirklich leiser sein, das checke ich gleich mal. Dadurch kann ich nicht mehr so aggressiv. Ein Lüter. Die Flügel sind sehr stark. Ja, ich werde hier sein, ganz schönes. Ein Lüter. Das ist ein Haarland. Ein Lüter. Das ist ein Lüter. Das ist ein Lüter. Das ist ein Lüter. Das ist ein Lüter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wo finden wir die High Resolution Fotoeinstellung? Ihr müsst unter Foto, Einzelbild, Serienbild und dann hier Pano gucken. Da ist die Super Resolution. Das müsst ihr auswählen und dann kriegt ihr das 48 Bit Foto in einer hervorragenden Qualität. Untertitelung des ZDF, 2020 Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, es werden weitere Videos folgen. Bei der Mavic 2 hat DJI viel verbessert, jetzt auch die seitlichen Sensoren, 31 Minuten Flugzeit, die neuen Objektive, stabilere Fluglage. So nun meine Hauptgründe, warum ich mir die Zoom ausgewählt habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.